Was soll ich sagen? Edebeziehen kommt irgendwann an diesen Punkt. Auch ein Gute. Irgendwann ist es soweit. Es ist soweit, ein Kater muss her, die haarige Brut. Es ist soweit, ein Kater muss her, ich bin nicht genug. Schatz, er sieht so süß aus. Er fängt bestimmt in der Maus. Komm, wir probieren's aus. Das Vieh, das Vieh, sag ganz doch nur das Haus. Es ist soweit, ein Kater muss her, die haarige Brut. Es ist soweit, ein Kater muss her, wieso? Es lief doch so gut. Geschickt streicht er ums Bein und lohnt sie damit ein. Was fällt dem ein? Das Vieh, das Vieh, das kommt zurück ins Heim. Es ist soweit, ein Kater ist da, blitz, 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 mal wahr. Die wäre für mich schon lange her. Bia, 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 ist alles, was ich hör. Nä, wie war ich? Mia, bia, bia. Mia, bia. Mia. Als Kismitzung, als Nierenschoner, was weiß ich, hauptsache eine praktische Verwendung. Es ist soweit mit Miets, es ist bald aus, ein Jahr wart ich schon. Die Nachbarsrunde bellen Applaus, für meine Lösung. Für die Zartbeseiteten unter uns, für die Tierfreunde, für die mit dem weichen Herz, vielleicht einfach mal kurz rausgehen jetzt. Oder ihr könnt euch an der Bahn einen Drink holen, ein bisschen was Stärkers vielleicht, dann kommt es wieder. Ich spiele euch sogar ein kleines Intermezzo, das ein bisschen Überlebenszeit hat. Drei Tierkörperverwertung Schatz, wir haben eine ausgezeichnende Bewertung. Nie wieder Mietze Katz Was bleibt ist lila Barz So, da möchte ich jetzt mal wissen, wer diese eine Zeile, das ist die letzte Zeile, dann habe ich dieses Lied fertig. Wer versteht diese Zeile mit dem Barz? Okay, ich muss die doch ändern. Ich glaube, ich werde es mal mit dem Hund probieren. Danke für ihn. Danke. Danke. Danke.